Vogel der Woche. Es sind überall Mitarbeitende, Studierende und sonst wie Zugangeseiende unterwegs, nur um die Berufsbezeichnung zu vermeiden. Dass jemand wie Ralf Schuler von der BILD, der meistverkauften Tageszeitung in Deutschland, das so unverblümt aussprechen kann, das hängt natürlich damit zusammen, dass er sich seiner Wirkung unter den Käuferinnen und Käufern sehr bewusst ist. Oder den Kaufenden. Also, keine Macht den Doofen. Wir müssen nicht denjenigen die Sprache überlassen, die das geringste Sprachgefühl haben und am wenigsten davon verstehen. Einfach reden und dann ist gut. Und ist damit im Wortsinne populistisch unterwegs. Im Bundestag hingegen hat so eine rechtskonservative Haltung gegenüber gesprochener Sprache notwendigerweise natürlich auch mit Inhalten zu tun. Und da gerade wurde das Werbeverbot für Abtreibung als Gesetz gekippt. Der Paragraf 219a. Mit dem Ziel natürlich auch, den Paragraf 218 perspektivisch zu kippen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Aber allein schon das Sprechen über Abtreibung und das Aufklären darüber fand natürlich nicht zur Freude rechtskonservativer und rechtsradikaler Parteien statt. Die Regierung legt heute die Axt an den ethischen Grundkonsens unserer Verfassung und unserer christlich-abendländischen Kultur. Dieser Grundkonsens lautet, jedem Leben kommt Würde zu, auch dem ungeborenen Leben. Und jeder Mensch hat das Recht auf Leben, auch der ungeborenen Mensch. Beatrix von Storch schlägt sich selbstverständlich auf die Seite der Lebensschützerin. Und sie feiern das. Das ist das Erschütternde. Was hat das denn mit unserem Vogel der Woche zu tun? Oder die gesamte Diskussion, die gerade in den USA losgetreten wurde, wo ein 50 Jahre altes Bundesgesetz in die Verantwortung der Länder übertragen wurde? Dieser Rechtsruck oder zurück zur Natur der Frau, nämlich als Geburtsmaschine, den will ich hier bei unserem Vogel der Woche mal so ein bisschen in Frage stellen. Denn auch in der Ornithologie gibt es natürlich Forschungen, die uns ganz woanders hinführen als dieses verknöcherte Weltbild hinter den aktuellen Diskussionen. Denn in nahezu allen Vogelpopulationen gibt es natürlich nicht Brütende. Und zwar nicht nur, weil sie zu jung sind, das zu tun, sondern offenbar, weil es der gesamten Vogelgesellschaft dieser Art jeweils zuträglich ist. Eine der ältesten Studien dieser Art widmet sich unserem Vogel der Woche, einem sehr sympathischen Papageienvogel, dem Grünbürzel-Sperlingspapagei oder Green-Rumped Parrotlet. Der gehört zu den eigentlichen Papageien, sieht also aus wie so eine Miniaturausgabe der etwas größeren Amazonen und die Hauptfarbe ist gelb-grün. Die Männchen aus biologischer Sicht haben intensiv blaue Schwungfedern und Unterflügeldecken und Weibchen sind eher so grün bis gelb-grün und haben eine gelbe Stirn und sieht sehr putzig aus. Vor allen Dingen, weil die so sehr soziale Vögel sind, also immer in kleineren oder größeren Schwärmen unterwegs, schlafen auch gemeinsam in Bäumen. Bis zu 100 von solchen Sperlingspapageien kann man da gerne mal zusammen sehen. Und Mann meint mich. Ich konnte das in Kolumbien und in Nord-Venezuela, also das sind eigentlich so Karibik-Vögel, die brauchen so halbtrockene Landschaften, kommen aber auch bis in den unteren Amazonas vor in Brasilien, wo sie dann, wie auch in Venezuela, diese weiten Grasniederungen bewohnen. Also sie brauchen so halb-offene Landschaften, wo sie dann schön durch die Gegend zischen. Vom Flugbild so ein bisschen vielleicht wie unsere Kernbeißer hier. Also sehr straight und recht schnell und immer auch ein bisschen laut. Ja und seit 1985 erforscht der US-amerikanische Ökologe Stephen Bisinger in Venezuela die Lebensumstände und vor allen Dingen auch Kommunikation und Fortpflanzung. Und ist damit so eines der ältesten Studien. Und diese Studienergebnisse besagen, dass bis zur Hälfte aller erwachsenen Grünbürzel-Schmerlings-Papageien nicht brüten. Also keine Eier legen. Und das offenbar nicht nur, weil sie zu jung sind, das zu tun, sondern aus anderen Beweggründen. Und heißt, dass sie durchaus auch in der Nähe der Brütenden zubringen und manchmal die sogar vom Brüten abhalten. Und man fragt sich so ein bisschen, wie kommt's? Wie kommt denn diese Entscheidung zustande? Und was machen die denn dann so den lieben langen Tag, wenn sie gar nicht brüten, wo das doch ihr biologischer Auftrag ist? So, even if a male manages to get a mate, that doesn't necessarily mean that he's going to breed. The estimated rate, from what we know so far, of transitions between breeding and non-breeding classes is about 30%, which means that there is movement between them. The typical path for an individual seems to be, at least for males, that they don't breed when they're young. And then at some point, some of them become breeders. And as they start to get old, they go back to being non-breeders. Aline Magdalena Lee hat sich das mal ein bisschen genauer angesehen, was bei solchen Studien so rausgekommen ist, unter anderem eben bei diesen Green Rum Parrotlets. Now, one of the things that I find particularly fascinating in this population is that they've observed that non-breeding males actually go together in pairs. So, this data is also special because they're recording social interactions when they see them. These non-breeders go together in male-male pairs that behave very much like breeding pairs, except of course they're not breeding. And they also tend to hang out in small groups. So one of the things that I'm really eager to find out is if these social constellations affect the probability of breeding for the individuals. Ja, was Aline hier so fasziniert, finde ich tatsächlich ein schönes Bild bei diesen hochentwickelten sozialen Vögeln, wo man immer gar nicht genau weiß, die werden ja wohl auch eine Sprache haben offenbar. Papageien sind ja neben den Krähenvögeln so scheinbar die intelligentesten Vogelarten. Und da gibt es offenbar eine relativ große Creereal-Gemeinschaft. Aber selbst bei denen, die sich fürs Brüten entscheiden, muss das jetzt nicht heißen, dass sie ja jedes Jahr wie die Blöden noch wieder Junge und wieder Junge in die Welt setzen, sondern nach zweimal ist in der Regel dann aber auch echt gut. Und überhaupt, wenn dieses Jahr gebrütet wurde, muss nächstes Jahr jetzt nicht unbedingt gleich schon wieder. Und insgesamt haben Forscherinnen und Forscher festgestellt, dass diese Anzahl der Nichtbrütenden offenbar auch ein Indikator ist für eine, wenn man so will, gesunde Population. Also etwas, was halbwegs gut funktioniert. Das heißt, je mehr Vögel nicht brüten, umso besser geht's, könnte man jetzt im Kurzschluss sagen, dieser Population. Zumindest objektiv betrachtet. Wenn jetzt natürlich niemand mehr brüten würde, würde es die irgendwann nicht mehr geben. Aber beim Gutteil der Green Rump Parrotlets gibt's ja diese Lust auf Kinder und bei einem Gutteil eben nicht. Was übrigens noch viel krasser ist, ist, dass einige der herum marodierenden, nicht brütenden Green Rump Parrotlets gerne auch mal so Nest kaputt machen von brütenden. Böse, oder? Aus sind ja nur Eier. Embryonales Gewebe. Ist ja noch kein Vogel. Manchmal verlieren auch die Brütenden selbst die Lust und lassen ihr Nest einfach alleine, weil ihnen das dann doch irgendwie zu anstrengend erscheint. Also, was für schöne Forschungsergebnisse. Dieser Grünbürzel-Sperlingspapagei ist ansonsten auch ein sehr lebensfroher Geselle. Das heißt, die spielen auch gern mal auf der Suche, wenn sie so ihre Körner und Früchte suchen und sich dann so treffen. Zum Beispiel auch so zwei Männchen. Dann erzählen die sich erst mal was, bevor die weiter Samen suchen. Wahrscheinlich erzählen sie sich sowas wie, hast du die Verrückten gesehen? Die kriegen schon das zweite Mal Kinder. Bin ich froh, dass dieser Kelch an uns vorbeigegangen ist. Aber eigentlich ist es ja gar kein Kelch. Haben wir ja selber entschieden. Ja, es gibt ein Einfuhrverbot für den Green Rum Parrotlet in die USA. Natürlich aus Naturschutzgründen. Machen Sie es gut, mein Vogel der Woche. Der Grünbürzel-Sperlingspapagei. Papagei klingt so ein bisschen fast sächlich, oder? Nicht so richtig männlich, nicht so richtig weiblich. Ihre größeren Verwandten sind ja die Amazonen. Also jetzt, mal es gut. Das ist so eng. Das ist der Green Court. Das ist illegitimate. Ich weiß, dass das die Arbeitsklasse black women und people mehr als jemand anderes verursacht. Wir müssen uns aufzunehmen. Das ist absolut ein menschlichen Rechtes und wir brauchen mehr Männer, um aufzunehmen. Jeder muss hier sein. Das ist unser Problem. Was du getan hast und was du für die Frauen gebeten hast, ist, dass die Tod für die Frauen leichter machen, because you don't allow them access to good medical care. This is a war on women and girls. We must not underestimate the impact of this. Our daughters' lives are at risk and we have to fight back. My body, my business! Kugel der Woche. Kugel der Woche. Kugel der Woche. Kusel der Woche. Untertitelung des ZDF, 2020